ja hallo und herzlich willkommen bei need for speed world mit dem townshift und dem virus guten tag und so spielen jetzt mal hier noch ein neues rennen sunset sprint und marcus also townshift nimmt jetzt mal eine a-klasse damit auch hinterher wenn er sofort abfängt zu beleidigen weiß nur weil die lümmel so klein sind also der war ja so was von er der war ja echt es geht da links mir wollte ich nur sagen gemerkt du hast ein mikrofon etwas weit vom mund weg marcus was wie wo man muss sein mikrofon manchmal ein bisschen weit vom mund weg man hört dann ist das so genau genau die noch mal weg da wenn ich böse ich habe nicht gelassen so du hast mich die ganze zeit du warst noch hinter mir markus hör auf jetzt wenn ich ich bin nehme mich er habe ich doch noch hinter mir was soll ich denn machen ich mache nicht ich glaube nicht dass das 100 kilometer lang ist sonst wären wir jetzt nicht erst schon bei 20 prozent der frau genau wegen dieser ecke da vorne wurde gerade beinahe vorgeballert werden was er mit dem weg da hat er kommt geduld ja jetzt wieder sehen ich bin voll gegen die ecke gewollert ja das ist eine gute frage virus aus gar nicht lachen hallo warum stehen denn hier autos mitten in der kurve die bäume weg du gottverdammte scheiße laufkleider lauf ja jetzt kriegt auch mal was auch noch mal nach klasse mal weg mit deinem deine geschlechtskrankheit von auto ich komme dich gar nicht weg du hast mich gerade angeschoben weil der 3er für da klasse ziemlich gut ist als a klasse wagen die anderen autos die ich habe sind nicht zu gebrauchen das sind nicht die besten autos für die jeweiligen klassen das problem ist wenn man sich ein auto kaufen oder dass das dann wieder verkauft kriegt man ja nicht mal die hälfte des freisens war andersweite du bist ein viertel bei dem spiel kräsentiert gibt das spiele da ist das schlimmer bei gta christian und zehntel so kannst du dir nicht einfach mal ein auto kaufen und ausprobieren ob das ist oder so gefahren dass wir natürlich auch ja das geht bei nicht bei jedem spiel leider gott es nicht wenn du das hier wie bei the crew einfach mal probe fahren können das wäre schön doch auch nicht jetzt aber auch mit der scheiße hier diese pissen oder straße nichts zu suchen einkaufswagen tschuldigung ich hab keinen bock mehr der straße ist nur scheiße unterwegs da kommt ruhig bleiben ganz gut aglas und hat ein großes baul ja das sind die richtung wirklich hier müsste man jetzt erstmal den redel aufstecker ziehen ich hab bei den bonuskarten ziehen habe ich ein nummer schild bekommen bekommen das heißt schon 9000 ich bin da lobby drin ich bin da auch ich bin aber gar nicht das ist eine strecke ja probieren geht über studieren also ja markus im auswahl der gescheite c klasse oder b klasse das ist mit der bmw immer so da haben wir keine chance hast ja selber gemerkt das ist ja ungleich dass sie ausgeglichen jetzt war der b-klasse der vier hat aber keine schade du musst mal keine kauf dir wie es oder habe aber zweimal haben wir ja alle ja ach komm wir versuchen wir jetzt eine a-klasse kommen ja viel leid ein gerade beim auswählen aufgabe stopp achso also aufgabe stopp achso aufgabe stopp achso das ist eine die hier das war ja 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 Vielen Dank.